Jetzt können wir hier mal ein bisschen was wegpacken. Hier mal wieder ein Pfünnchen. Den sollten wir hier rein. Es reicht noch weiter drücken, es ist gebrauchen. Es reicht noch gebrauchen, habe ich toll vergessen. Naja, so wichtig war es nicht. So, Nummer 2, da ist nur 1 noch. Gut, den warten wir an. Da schauen wir uns an, da ist ein wunderbarer Pfeil dazu. Der Pfeil ist unser bester Freund. So. Wunderbar. Und jetzt laschen. Das sieht da jetzt schon ganz gut aus. Aber ich bin noch nicht sicher, was wir da oben noch in die Tasche drauf machen. Oder wir direkt das Dach machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, weg da. Platz. So. Jetzt aber. Aber ich auch versucht hatte, ob man hier Minecraft mit der Maus spielen kann. Bei manchen Spielen geht das ja. Da kann man eben wieder... Och Mist verdammt der Junge. Ach das war nur scharf. Braunes Schaf. Weißes Schaf. Das geht auch ganz schön Multikulti dazu. Braun, Weiß, Schwarz. Alles da. Also hier kann sich keiner ausgeschlossen fühlen. Und eine Kuh. Die kommt da wunderbar angegleitet. Ach Mist. Hopp. So. Hier. Hier. Suppi, Suppi, Suppi. Ja, nehmen wir am besten würde ich da jetzt mal sagen. Bisschen älter führen. Sieh mal gerade so hoch zu bauen. So. Dann machen wir es mal so. So. Können wir hier weg machen. Gut. So. Dann sind wir hier jetzt ein bisschen safe drin. Können wir rüber aus unserer kleinen Messie Bude schon mal rausziehen. Äh, rausziehen. Ja genau. Rausziehen Daniel. Ausziehen. Ausziehen heißt das Wort. Das ist aber wunderbar aufregend. Und was hast du gestern so gemacht? Oh, ich hab Slips gesetzt die ganze Zeit. Echt, erzähl mal. Noch ein Slip. Noch ein Slip. Und noch ein Slip. Und noch ein Slip. Und noch ein Slip. Und noch ein Slip. Ich glaube ich würde ein Irre werden. So. Aber was sein muss, muss sein. So. Ich fühl mich da nicht wohl drin. Ich fühl mich da einfach nicht heimisch in dieser kleinen Bude. Tja. Schweini. Das war's. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Sag mal so. Erzähl mal wie ist es denn so. Wenn man jetzt weiß. Man wird das ganze nicht überleben. Man wird sterben. Du weißt nur noch nicht wann. Hahaha. So. Und. Na. So. Schon gleich da runter. Na. So. 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 Why should I go there like so rum? Ich crossover Chinese stoneル. Ich brauche mir e rerolle welche. Ferrignore hier flogen. Und ein Fußbodenbodenboden auch noch. Gefühl. Auf Gras wollte ich nicht unbedingt wirklich schlafen. So. vadum. Jetzt hat Gras gesagt. H情. Jaaaaber II meine damit nicht die Drogegras. So. Und hier noch. Und da. Und da. Und da. Ach' der ist schon wieder dunkel oder. Ach' Mist. Ach, was kriege ich denn so, wo brauche ich alles ab? Schaffe ich es? Ach gut. Entschuldigung, wow man, das ist doch nicht zu fassen, ist das doch. So, so, das war schön. Ah, wie schön der Sondenuntergang, den haben wir schon oft genug gegossen. Das ist gegossen, genau, gegossen dann. Geranimo, und runter geht es. Und dabei noch ein C gebrochen, ganz episch, versteht sich. So, und, guten Nacht. Ne, Hundi, du pass auf die Tür auf, ne? Ja. So, Moinsen, so, was macht hier? Was weiß ich, was macht das hier? Keine Ahnung, sagt irgendwas. Ähm, Slaps. Ja, ich habe das hier für, das wird nicht reich. Da brauchen noch ein paar. So. Schafi. Ja, genau. Was ist denn da? Ja, geht es eigentlich noch hier? Ich habe ja noch gar nicht gesehen, dass die das hier machen. Ja. Was ist das denn? So, wie wir irgendwas zum Einsammeln, irgendwelche Saplings oder so, die ich vorher nicht mitgenommen habe. Irgendwas dabei? Nein, nichts, gut. Brause scharf, nazi scharf. So, und los geht's. Äh, jetzt geht's hier ein. Ich muss hier auch um die so großes Haus bauen. Ja, musste ich. So. So. So, sieht's denn draußen aus, so. Eigentlich aussichtlich geht aber, ne. Können wir alle Richtung, können wir schon mal sehen. Ja, scharf, ne. Und was machen wir jetzt mit dir? Hm? Was machen wir jetzt mit dir? Was soll ich jetzt mit dir machen, ne? Jetzt muss ich dich kalt machen, ne? Ach, wirklich. Eigentlich, ja. Eigentlich hast du Glück, dass ich so guter Mensch bin. Dann wirst du halt ein Haus schweigen, okay? Ja? Gut, dann wirst du jetzt mal ein Haus schweigen und du bleibst jetzt hier drin. Aber weh, du kackst in die Bude. So. Dann werde ich dich töten müssen. So. Ach, Mann. Hab ich eigentlich Sattel? Klar, Sattel hab ich ja schon gefunden, welche, oder? Ich weiß gar nicht, doch, ja, klar. Guck mal, Schweinreiten. Yee, hurra, Schweinreiten. Yee, yee, wie aufregend. So. Konzentration, Daniel. Das brauchst du dich doch, muss ich ein paar Mal. So. Was, das war's schon? Ach, nee. Toi, gleich war's. So. Acht Stück, die bringen uns jetzt massiv nach vorne. Also, die holen uns da richtig raus. Aber auch hier, rohstoffauffällig. Also, dass wir den Zaunen mal ein bisschen vergrößern, dass hier so generell keiner auf das Grundstück draufkommt. So. So. So ein bisschen Schwung hier. Okay. Was sagt das hier? Das sagt, gut. Das hier sagt, auch gut. Jetzt kann ich ein paar Steine mal hier rüberpacken. Solange wir das jetzt noch nicht brauchen, weil ich denke, bei der Bände brauche ich ein paar Steinstüfchen. Die können wir euch mal hier lassen. Genau. Ja. Was ist das denn? Warte, die Musik hier weg. So. Könnte ich jetzt nämlich das hier wunderbar hier dran setzen. So, dann war's gleich fertig. Dann kommen Fackeln rein. Und dann können wir rein theoretisch schon, ja. Ja, weiß ich nicht, ob ich schon die erste Nacht hier dran schlafen möchte oder so. Nee, wenn ich muss auch noch eine Abschiedsnacht in der anderen Lüte machen. So. Auch. Mach mal Schlafzimmer. Oben, unten, nee. Wenn ich muss auch hier unten liegen. Aha. Oben oder unten, ja. Wenn dann sowieso erst mal hier. Nee. So. Eigentlich kann ich doch auch hier oben ein, beziehungsweise hier unten jetzt ein rauslassen. Hier. Oder? Der Wettermann, der möchte eine Leiter haben. So geht das nicht, ne. Das muss ich nämlich zwei raus machen. Mhm. Dass wir nicht aufs Dach kommen, dafür brauche ich Leiter. Dann machen wir auch beim Arbeit welche. Ist doch egal. Ich kann zwar gleich eine Treppe hier hinsetzen, aber ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache, also bringt es mir eine Treppe noch nicht. Wahrscheinlich werde ich sowieso hier irgendwo in die Mitte machen müssen, weil am Rand ist ja blöd wie im Dach dann. Aber erst einmal nochmal fackeln. Hier noch hier in die Mitte machen. Da. Hier noch in die Mitte machen. Und doch. Ja. Ja. Wollt ihr mal. Ja. Hier. Ja. Ja. Hier. Ja. 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 Na Schafi. Hey. So einmal auf. Hopp ist geklatscht. Viele Tiere, viele Tiere auf jeden Fall. Warte mal, was soll ich denn drüber nehmen? Wollen wir das Bett schon mitnehmen? Ach komm, ich nehme das Bett schon mit, was solls? Ich muss rumschlafen. Komm mit, mit! Wollen wir was, was wir mitnehmen können? Schweinensätteln, die reiten würden wir jetzt nicht, aber wir hatten so gesagt. Boah, es ist ja nicht. Hat nicht das Lüge gemacht. Sonst ist mir auch gar nichts. Jetzt kann man nach und nach da machen. So, das war fertig. Aber hier wollte ich nichts zum reinmachen. Also kommt das Glas erstmal. Und dann... Ach so, was ist das denn? Eichenholz-Stufe. Ist auch Eichenholz-Stufe. So, dafür brauchen wir noch Holz. Ach, jetzt wird das ruhig da drinne. Wir kloppen einfach noch ein paar Bäume weg. Dafür haben wir es auch gemacht. Laminatboden brauchen wir schließlich auch noch. Ach ja, ich bin auch so... Leider wollte ich doch noch... So, reichen drei Stück schon? Ja, klar. Das wird so mit aufs Dach drauf können. Und dann... Hier oben einfach ein weg. Hier oben einfach ein weg. Ja, geht's wirklich gut dann so. So, so. Wunderbar, wunderbar. Ich komme mal aufs Dach. Hier oben kommt keiner rein. Spinde passt da nicht durch. Was ist das denn da? Ach, ein Schaf. Da hinten auch ein Schaf. Ich war natürlich ein Schwein. Ja, Daniel, ein Schaf. Ähm... Was darf ich jetzt machen? Oh, ich verliere Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Und dafür springen wir natürlich erstmal ganz heldenhaft am Baum runter. Ich meine, ich habe natürlich jetzt die Leiter völlig umsonst angebaut. Ich werde die nie wieder benutzen. Auch mit. So, dann kann ich noch den Fußboden... Fußboden da reinballern. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was. Fußboden... Na, vielleicht noch ein Kistchen irgendwo. Ein Kistchen, ein Kistchen. Und... Nach dem Kistchen... Würde ich sagen, dann gehen wir mal... In irgendeine Richtung. Und gucken was, als würde ich mal eine gescheite Hülle finden. Obwohl ich eigentlich in der Schluchte immer mal reingucken wollte. Diese... Diese Einrichtung, was ich da gesehen hatte, ne. Da war ja auch noch irgendwas. Stimmt, da wollte ich auch noch hin, ne. Na gut, kann man ja auch machen dann. So... Kloppen wir dich hier auch gleich mit weg. Wie es freut sich. Ohne Höchstjahrverluste. Alles genau mit. Tack! Noch ein Böhmchen, noch ein Böhmchen. Was ist das denn? So... Joa, der hat sich gefreut. Ihn habt ihr gesehen? Der war auf jeden Fall total happy. So... Das haben wir auch. Ach, da fallen sie wieder runter. Das sind selten. Wo seid ihr denn hier? Fünf Stück schon, ja. Das sind immer echt... Ach, da ist noch einer. Also... Hier können wir uns auf jeden Fall richtig, richtig gescheiten Wald anlegen. Aber ich meine, dafür brauchen wir natürlich auch dementsprechend viele, viele Bäume. Auf meiner Welt auf der Xbox 360, was ich da an Zaplings gesetzt habe, nur um ringsherum und nicht einen Wald zu haben, das war ja so. Das war schon... Ja, das war... Das ist schon in der Arbeit ausgeatmet. So... Aber ich werde schon wieder dunkel. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ein Rohstoff, den wir nun wirklich immer brauchen können. Das ist ein Rohstoff, den wir nun auch noch wegnehmen. Das ist runter, das schaffen wir noch. Einer geht noch. Das war hier ein schöner kleiner, das geht rucki zucki. Aber wir wollen noch nicht mehr rüber, stimmt. Ich war noch rüber in das Haus hier. Aber wir wollen keinen Stress machen. Seppling, seppling, sind hier irgendwo seppling? Noch keiner? Gut, da geht das mal ab vor. So... So... Schlaf mal. Nicht direkt in der Tür. Das ist nicht so schön. Deswegen machen wir es mal hier. Genau. Und abschnarchen. Wir sind doch nur so schnell müde, ne? Ja... So... Morgen... Morgen, morgen, morgen... Schlaf und... Edes Huhn. Was haben wir hier? Oh! Nachbarschaft brennt. Da kommt bestimmt ein bisschen was zu. Ein bisschen Kopfstauben. Oh... Da gibt es bestimmt was für uns. Wo ist er denn? Hinten ist er irgendwo gebrannt. Da brennt er. Oh! Guck mal, was er fallen gelassen hat. Da sind wir natürlich Geier, ne? Da sind wir natürlich Geier. Ach... Verruntes Fleisch. Na gut... Ist egal. Auch sowas brauchen wir. Dann noch einen. Dann noch... Oh... Wieder eine. Nicht der Erich. Der ist ja wirklich mehr als... So... Verruntes irgendwo noch was, oder was? Ist das jetzt... So...